Hi Leute, hier ist wieder Pasco und wir machen jetzt weiter bei Black Mesa. Beim letzten Mal hatten wir aufgehört in diesem wohlbekannten netten Arbeitsraum. Und ja, würde ich mal sagen, dass wir jetzt anfangen und unseren Arbeitsanzug anziehen. Standby von MySystem Startup, das hört sich doch gut an. Der hat sogar eingebaute Musik. Okay, der Anzug hat jetzt alles aktiviert und wir können jetzt mal loslegen. Ja, wir können jetzt loslegen und zur Arbeit gehen. So, ich muss noch meinen Spind finden. Ah, ich erinnere meine Tage in der gefährlichen Umweltschutz. Ja, ja, schön. Ah, Freeman, da sind wir. Okay, gut. Das war unsere Kabine. Wir haben sogar ein Kind, haben wir. Oder sind wir Onkel? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, da ist ein Baby. Könnte noch hier sein. Sieht jedenfalls sehr süß aus. Massachusetts Institute of Technology. Gordon Freeman. Yo, das sind wir. Natürlich war es damals in Mark III. Ich bin nicht smart, ich bin nur besser als ich, hoffentlich nicht. Ja, ja, ja. Hallo, Leute. Ich bin nur noch ein paar Minuten. Wenn Sie eine Frage haben, das ist nicht mein Problem. Es ist Ihres. Genau. Und wenn ich eine Frage habe, das ist nicht mein Problem. Oh, kontraire. Es ist trotzdem sehr gut so. Es ist Ihr Problem. Gut, Sie streiten gleich, wenn Sie wohl nicht mehr so streiten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir so Unglücksrabe sind und gleich irgendwas passieren wird. Hi. Na ja, mach ich. Eh. Dankeschön. Sieht so aus, dass du heute in der Barrele bist. Hi. Gordon Freeman. Hydroelektrik-Damm. Der Black Mesa Hydroelektrik-Damm ist der Lattes. Wenn das so aufweist. Okay, gut. Interessant. 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 Jetzt fahren wir mal Aufzug. Natürlich wieder ohne Sicherheitsding. Wieso wieder? Ich habe mir die Sache etwas abgekürzt. Und wieder ein Ladebildschirm. Den werde ich übrigens im nächsten Fall erst anfangen rauszuschneiden. Weil jetzt im Moment, ja, das ist noch ein bisschen problematisch. Außerdem kann ich während des Ladebildschirms mit euch quatschen. Ja, okay. Das ging diesmal etwas schneller als beim letzten Mal. Super. Hallo, Leute. Ich bin ja so aufgeregt. Sowas von aufgeregt. Okay, das funktioniert nicht. Die schreiben da irgendwas. Oh, Laser. Das ist ja mal voll Laser. Hi. Okay. Okay, verstehe ich nicht. Nicht viel. What's up? Hallo, Gordon Freeman. Hallo. Ich bin zu der Hohne Dose in den Willen. Ah, geht doch. Hallo. Freeman. Ja, ich bin Freeman. Gordon Freeman. Äh, ja. Ah, Gordon. There you are. Nice of you to finally join us, Doktor. We've just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon. In the test chamber. Right. Come on, then. I'll walk you down. Das hat sich jetzt etwas genervt angehört. Hallo. Hast du was gegen mich? Eli has been busy, making last minute preparation for the new experiment. Den Eli kennt man noch aus Half-Life 2, wenn jemand Half-Life 2 gezockt hat. Greetings, Eli. Weil... Müsst ihr, müsst ihr das ja wissen. Okay, also weiter. Good morning. I'm glad you're here. These last minute changes. They're a bit strange to just... Oh! It's about to go critical. What in the blazes is going on with our equipment? Oh, it was never meant to do this in the first place. Oh. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Okay. Run along, Gordon. Okay. We'll be but a moment. Okay, okay, okay. Ich wollte euch zwar helfen, aber... Okay, gut. Whiii! 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 In diesem Spiel kannst du extrem schnell rennen. Hm. Komisch. Macht auf. Cool. Bei Becquerel's Ghost! The Radiation Level is off the charts. Okay. This is far from the glory I had envisioned as an underground. Okay. Hm. Hi, Freeman. Hi. Oh, there you are. Hallo. Everybody's been looking for you, hombre. Okay. Ich geh da mal durch, ne? Also, dann... Bis gleich. Tschüss. Ah, here he is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the pure sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Hm. As long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. Also, ich versuche jetzt irgendwas, was sehr instabil ist. Das hat ja immer funktioniert. Das ist extrem unmöglich. I just don't... Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. Ja, das stimmt hier. Wir haben sicher, dass der Administrator nichts falsch geht. Genau. Nichts wird... Ja, schief laufen. Gordon, wir haben complete confidence in you. Okay, gut. Well, geh ahead. Let's let him in now. Jo. Lasst mich rein. So was leistet man sich auch nicht alle Tage, ne? Ich geh da mal weiter, ne? Ohne Leiter. Testing. Testing. Everything seems to be in order. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Okay, gut. Very good. We'll take it from here. Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. And maybe a bit slow, but... Oh my God. That's sometimes like that. Okay. Ähm... Stage 2 emitters, activating. Yeah. Gordon, we cannot rethink how well this system can operate at this level. Oh, that looks really good as if we try to reach this level. Oh, I've just gone around. Oh, I've just gone around. Oh, that's okay. Should I go to this castle? Uh, it's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in... Well, no. It's well with an acceptable nouvel. Sustaining sequence. We've just been informed that the sample is ready for it. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Ah, okay. Good. Good. Does I just die? Standard insertion. Non-standard specimen. Okay. Good. Das ist dann wirklich schief, glaube ich. Okay, ich lasse mich ja aus. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ich bin jetzt tot. Wahrscheinlich so. Das Leben sieht man ja noch in der Ecke. Wie bin ich hierher gekommen? Nee, wie bin ich hierher gekommen? Okay. Okay, das sind definitiv nicht Menschen. Das sind die Typen aus Half-Life 2. Wie gesagt, wenn ihr in Half-Life 2 kennt, müsst ihr jetzt nur, woran ich spreche. Ich glaube, in Half-Life 1 kamen die auch schon drin vor. Aber die sahen da ein bisschen... Ja, nicht so gut tailliert aus. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber müsste so sein. Jedenfalls. Weiter und weiter und weiter. Ach, der ladet jetzt schon. Der wird uns noch so viel beschäftigen in den nächsten Parts. Jedenfalls nicht. Ich werde ja diese anderen Sachen rausschneiden. Egal. Die Tür ist jetzt auf. Und das hier bräuchte dringend eine Renovierung. Ja, eine Renovierung. Ach, und da kann ich jetzt also durch. Okay, gut. Ich glaube, der macht sich nicht mehr. Der blutet noch weiter. Nee. Naja, er ist tot. Oh. Oh. Okay, das hat doch schon einiges ausgelöst. Irgendwie sehr melancholisch, die Stimmung. Wenn man weiß, was er... Wenn man diese Geschichte kennt und weiß, was er dadurch jetzt ausgelöst hat. Ja. Ja, ja. Das kann passieren. Hallo, Leute. Ich habe das eine versucht. Ich dachte nie, ich würde nie ein Resonanz-Kaskade sehen. Letztendlich einen kreieren. Ach, Schrodinger-Kat. Er ist in der Lage. Gordon. Danke Gott für diesen Hazzard-Suit. All die Phones sind raus. Ich kann nicht jemanden in der Fasilie erreichen. Du musst nach der Grunde kommen und lassen sich jemanden wissen, dass wir hier drüben sind. Es gibt keine Ahnung, welchen Gefahr es ist. Woa. Ja, Herr Wissenschaft. Was tun sie? Einer Kopfkrabbe. Aheadcrab. Oh, süß. Oh, süß. Oh, süß. Ich bin sicher, dass das ganze Team der Wissenschaftler helfen wird Ihnen weiterentwickeln. Und für Gott sei Dank. Bleib das Hazzard-Suit auf, bis Sie in der Klinik. Du hörst mich? Oh, süß. Oh, süß. Oh, süß. Oh, süß. Oh, süß. Oh, süß. Okay, da ganz schnell durchschwenden. Okay, das ist doch schon... Und hier sehen wir, meine Damen und Herren, die erstes erste... Ach, Deutsch. Schwere Sprache. Den ersten Zombie. So, das ist richtig ausgesprochen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Oh, Gott, ich lasse nicht zu drücken. Man weiß es nicht. Oh. Ja, der wurde auch zerfetzt vom Laser. Das ist schön. Also eher nicht schön, aber... Lasst uns weitergehen. Könnt ihr mal eigentlich alle aufhören zu sterben, wenn ich hier vorbeikomme. Somit wäre jetzt auch geklärt, wieso man nicht mit einem Brandfall in einem Aufzug sitzen Sollte. Aber... Die konnten es ja nicht wissen. So. Wir sind jetzt die Leiter hoch oben gestiegen und Zombies erwarten uns und wir haben immer noch keine Waffe. Wir brauchten aber bald unsere Waffe. Also, eine Waffe. Gordon? Gordon! Man, bin ich glücklich, dich zu sehen. Was zur Hölle sind diese Dinge, Mann? Und warum sind sie Wissenschaftler-Uniforme? Weil es Wissenschaftler waren, die dann zu sowas geworden sind. Ja, egal. Ähm... Ask Ali to follow... L.A.? Heißt der L.A.? Okay, ich wollte den Michael Jackson tauchen. Oder Samuel L. Jackson, aber okay. Hm. Gehen wir hier noch weiter. Wir können ja weiter noch machen. So, die Dinger sind auch kaputt. Ich habe auch noch eine so super Waffe. Oh, okay, gut. Also, er hat die zwei erledigt, das ist gut. Oh, warte mal. Sorry? Idee, 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 die kann ich doch bestimmt im Brand setzen, oder? Tatsache. Wow. Okay, das ist jetzt nicht gut. Das geht ganz einfach. Du willst noch mehr? Stupid. Ey, der müsste tot sein, oder? Okay, ich komme da irgendwie mit dem Feuer, mit dem Flair nicht rein. Egal, lass uns weitergehen. Ali. Oder wie aber du auch heißt. Hm, dunkel. Sehr dunkel. Jesus. Dieses Ort ist in schlechtem Form. Oh. Hi. Wie magst du das? Hm. Das scheint Gas zu sein. Mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Okay, keine gute Idee. Okay. L.A. ist tot. Daran bin ich wohl schuld. Oder ich schiebe es einfach mal auf das Gas. Egal. Brennen. Brennen. Okay, du hältst aber sehr wenig aus. Aber davon habe ich jetzt eine... Waffe. Ah, und sogar eine Taschenlampe. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Ich stirb'n. Ich stirb' schon. Ich wollte gerade sagen. Weißt du, da bin ich mal nett und so. Geile Erzählchen. Selbst im Tod sind die doch fies zu mir. Okay, es tut mir ja wirklich leid um Ellie, aber... Wenn auch so. Ach, wie süß. Haha. Gegrillt. 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 Mein Gott, habe ich'n Durst. Aber jetzt hier gibt's doch bestimmt noch irgendwo Lebenspacks oder sowas. Oder sowas ähnliches wie... Warst du nicht mal vorher nett? Oh ne, das ist er, der vorher nett war. Das ist wiederum schade. Und ich hab Munition. Er ist tot. Das ist gut. Oh, der konnte aber schnell aufstehen. Ah, Leben. 100%. Das sollten wir noch gern. Oh, ist sonst noch hier irgendein Ding auf? Sonst noch hier irgendein Ding auf? Nein, okay. Gut. Okay, gut. Dann verschwinde ich mal von hier. Oh, der Crack, dieser... Ja, das hier ist auch nur in der Wand. Ja, die Facility kannst du schließen. Also die Einrichtung ist... Wow. Hi Leute. Folgt mal bitte. Sag mal, stirbst du auch mal? Verschrecklich mit euch. Zombies. Oder was sie auch immer sagen. Oh. 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 Super, zwei Schuss. Erstmal dich. Dann dich. Stopp, 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 stopp. Ich wollt grad sagen, bitte stirb vorher. Super, und wieso kann ich den Notfallknopf nicht drücken? Das ist ja scheiße. Na, kommt doch, ja. Ja, das lief dann dann nicht so gut. Super. Hier geht alles denn wach runter. Ah, die Crowbound. Die obligatorische. So, ich bin mir gekommen. Oha Haha, also so wird man also zu so einem Ding Okay, wir kennen das Ich will da rein, hallo Ja okay, dann geht das eben nicht Nein, nicht sterben, nicht sterben Okay, gut Das war Ja, schon mal erfolgreich Würde ich jetzt mal so sagen Wir bleiben dann mal hier Und im nächsten Part Machen wir dann weiter Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und Man hört sich, ne Ciao Leute, euer Pasco